Solange ich ihn kenne, hatte er immer nur ein Ziel. Das halbe Universum auszulöschen. Wenn er alle Infinity-Steine hat, braucht er dafür nur noch mit den Fingern zu schnippen. Einfach so. Wie heißt der nochmal? Thanos. Wir haben einen Vorteil. Er kommt zu uns. Wir haben, was Thanos will. Und das nutzen wir. Reden wir kurz über deinen Plan. Können wir schon so machen, aber dann ist's halt kacke. Lieber mach ich den Plan, dann wird das auch was. Wow. Das Ende ist nah. Wenn ich fertig bin, wird noch die halbe Menschheit existieren. Endlich im Gleichgewicht. Wie es sein sollte. Ich hoffe, sie erinnern sich an euch. Avengers Infinity War. Ich bin übrigens Peter. Dr. Strange. Oh. Ihr benutzt eure Künstlernamen. Dann bin ich... Spider-Man. Es gab diese Idee. Eine Gruppe außergewöhnlicher Leute zusammenzubringen. Wir wollten damit etwas Großes erschaffen. Damit wir, wenn nötig, die Schlachten schlagen können. Die zu groß für sie sind. Schon bald werdet ihr erfahren, wie es ist, zu verlieren. Fest daran zu glauben, im Recht zu sein. Und trotzdem zu scheitern. Fürchtet es. Flieht davor. Das Schicksal holt euch trotzdem ein. Evakuiert die Stadt. Aktiviert die Verteidigungsposten. Und gebt diesem Mann einen Schild. Das Universum ins Gleichgewicht zu bringen, klingt eigentlich nicht nach Spaß. Aber das hier... ...zaubert mir doch ein Lächeln aufs Gesicht. Die Verteidigungsposten. Avengers Infinity War. Wer zur Hölle seid ihr denn? Ein außergewöhnlicher Gegner erfordert ein ungewöhnliches Team. Wer zur Hölle seid ihr denn? Avengers Infinity War. Ab 26. April im Kino. Das war's. Es musste so kommen. Bereit? Los geht's. Avengers Infinity War.